Ja, ihr seid wieder bei Heavy Traders angekommen, da seid ihr auch genau richtig, denn wir haben euch natürlich mal wieder einiges mitgebracht. Aber erstmal ein kleiner Überblick über den Gesamtmarkt, wie sieht es denn aus generell? Ja, also heute stehen noch einige Wirtschaftsdaten an, vor allem in den USA um 14.30 Uhr, ja, könnte einiges an Bewegung natürlich mitbringen. Dann morgen, ja, alles im Zeichen der Fed, aber das ist erst morgen, da werden wir das auch nochmal aufgreifen natürlich. Morgen ist natürlich Fettzinsentscheid und Meeting und ja, Pressekonferenz und so weiter, dass wir natürlich sicherlich volatil werden. Also heute relativ ruhig, schauen wir gleich mal in die Charts hinein. Hier der DAX, ja, gut, weiterhin auf Allzeithochniveau notierend. Die 16.000 der Marke ist noch nicht geknackt, da fehlt es noch ein bisschen bis dahin, aber sieht auch weiterhin gut aus. Heute freundlich, ja, 0,36 vorne. Gestern so ein bisschen Nullsummenspiel, aber dafür heute wieder Richtung, ja, Interday Allzeithochs unterwegs. Gut, wir werden sehen, was daraus wird spätestens dann, wenn die Amerikaner dann reinkommen. Auch mit den Wirtschaftsdaten sollte da schon einiges mehr passieren, als diese Ruhe vor dem Sturm hier verzeichnen mag. Dann gleich mal weiter zur Nasdaq 100. Ebenso Allzeithoch, ja, neues Allzeithoch, noch gar nicht. Die Amerikaner schlafen noch, aber trotzdem die Futures, das ist alles schon vorher eingepreist. Nochmal ein Ticken höher als gestern, also sieht alles weiterhin ziemlich bullish aus. Ja, der Dow Jones, die Old Economy-Werte hängen ein bisschen, hängen sie ein bisschen hinterher, muss man schon sagen. Das ist richtig, kann ich auch mal kurz einblenden, hier sieht man es, ja. Da ist noch ein bisschen ein Stück weg zu den alten Allzeithochs hier vom 10. Mai oder diese Zwischenhochs im Juni. Ja, gut, da ist noch ein bisschen Platz. Wird halt viel hin und her geschichtet. Wir haben auch noch großen Verfallstag diesen Freitag. Es kommt auch noch hinzu, also auch da von der Seite aus weitere Volatilitäten zu erwarten. Ja, gut, was haben wir euch mitgebracht an Einzel, an einem Einzeltitel natürlich hier, die Vacutech. Das sieht, muss man sagen, ziemlich ordentlich aus, ziemlich gut aus sogar. Hier, wir haben es mal euch eher eingezeichnet, diese Rounding Bottom. Nein, kein runder Hintern, das wäre was anderes. Rounding Bottom, hier sieht man es, sieht eigentlich sehr optimal aus, dass man hier endlich mal hier einen Boden gefunden hat. Vor allem wichtig ist auch und markant ist auch die Schaltstelle, wo wir uns aktuell befinden. Heute ist die Aktie ja auch schon 2,7 Prozent plus. Möglicher Ausbruch, also hier haben wir es eingezeichnet, 35,50. Da notieren wir auch ungefähr derzeit. Ja, das müsste man erst mal knacken. Da wäre der Weg frei in höhere Gefilde, möglicherweise bis hier oben. Wir haben natürlich auch weitere Kursziele oder Zwischenziele, die sind jetzt hier nicht eingezeichnet. Aber wenn wir diesen Ausbruch hier schaffen sollten, ja, so knapp über 36 Euro. Noch ist er nicht ganz vollzogen. Da sollte der Weg frei sein. Ja, womöglich auch bis zum Allzeithoch hier, bei diesem Spike. Ich meine, Vecutec ist ja gut aufgestellt, gerade mit diesen Impfstoff-Transport-Geschichten von Biontech. Die, ja, Vecutec macht ja unter anderem, die machen noch mehr Sachen, aber unter anderem eben diese Thermoboxen, wo man diese Impfstoffe da tiefkühlen kann und, ja, über längere Zeit frisch halten kann, sozusagen mit tiefen Temperaturen. Auf sowas sind die spezialisiert. Ja, ist ein relativ kleines Unternehmen eigentlich, 430 Mitarbeiter rum in Würzburg ansässig. Gut, aber sieht trotzdem charttechnisch top aus. Das war mal das Fundamentale dazu, nur so als Nebeninformation. Jedenfalls, das war es erst mal von den Charts, vom Vecutec-Chart. Natürlich haben wir euch ein Zertifikat mitgebracht, was dazu gehört. Das wäre die Wertpapier-Nummer MA3DJP von Morgan Stanley. Natürlich auf der Long-Seite, ein Call, ja, mit eben einer Ausbruchschance, die wir hier erkennen. Ja, gut, weitere Details natürlich wie immer um 14.15 Uhr unserer Zertifikate-Trade-Des-Tages-Sendung. Schaltet ein, registriert euch kostenfrei bei heavytraders.live. Da werden wir natürlich weitere Aktien natürlich auch bestellen. Ja, bestellen wäre gut, aber wir werden sie besprechen, die natürlich da in der Branche dazugehören. Möglicherweise noch ein paar Impfstoffwerte an sich, die da ja mittlerweile sehr gut auch gelaufen sind oder auch noch weiterhin laufen könnten. Aber trotzdem, Fokus ist erst mal auf Vecutec. Also, wir sehen uns später um 14.15 Uhr. Bis später.